Wir denken an König Endrin. Der graue Wächter steht nun dem berüchtigten Duo gegenüber. Dem Zwillingsschrecken der Kriegekaste, die für Prinz Belen kämpfen. Viagra und Lupchal. Möge der Stein euch ehren. Wenn ihr untergeht. Wer zuerst zu Boden geht, verliert. Kämpft! A! 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 Geh! Sieh, da kamen Sie vorunter! Wie ist das so? Sieger ist der Graue Wächter!